Schreiben ist für mich immer ein Riesenprozess der Selbstreflexion. Ich finde, es gibt eigentlich wenige Dinge, wo man sich besser kennenlernen kann als durch und beim Schreiben. Und hier muss ich sagen, war es eine Empathieschule. Weil mit und für jemand anders zu schreiben und so ein Projekt mal gemeinsam zu machen, habe ich in der Form noch nicht gemacht. Und das war total bereichernd und es hat irre viel Spaß gemacht. Warmless, shadeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle you put in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Jonathan, herzlich willkommen in der Flowgrade Show. Max, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Bin gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich darf dir auch gleich mal gratulieren, weil du hast ja ein Buch herausgebracht. Und zwar mit dem Bundestrainer, mit Hansi Flick. Und zwar, es heißt Hansi Flick im Moment. Meine allererste Frage, wir werden ein bisschen über das Buch auch sprechen, weil ich habe es schon gelesen, ich finde es großartig. Ich finde, es ist wirklich, es präsentiert ein Vorbild, das wir gut gebrauchen könnten. Das hat mich sehr angesprochen. Als Basketballer war ich natürlich auch begeistert, dass einige Basketballtrainer vorkamen. Aber ich möchte gerne einsteigen mit der Erstbegegnung, wo ich finde, das bringt so ein bisschen zusammen, worum es zum einen mit dem Buch geht, aber auch, was du da mitbringst. Denn du bist ja Co-Autor, stehst hier drauf. Und zwar die erste Begegnung mit Hansi Flick. Wie ist die abgelaufen? Willst du eine ausführliche Fassung oder eine Kurzversion? Nein, gerne. Liegt los. Also es kam so zustande. Ich hatte tatsächlich damals an einem anderen Buchprojekt gearbeitet, das hieß Junge Überflieger. Und da habe ich über junge Menschen geschrieben, die eine gewisse Vorbildfunktion in den Bereichen haben, wo viele junge Menschen unserer Generation sagen, in den Bereich würde ich gerne mal gehen. Und ich habe versucht, wirklich aus unterschiedlichsten Bereichen dann Menschen zusammenzubringen. Und eine Person, die ich da unbedingt mit drin haben wollte, war Julian Nagelsmann. Und ich habe da über einen Zeitraum von sechs, sieben Monaten, ich glaube, hundertmal bei Hoffenheim angerufen und jeden Weg versucht, dass er da mit reingeht. Weil ich es ganz spannend fand, dass jemand in so jungen Jahren Bundesliga-Trainer ist. Ich glaube, er war damals 28 oder 29. Und Dietmar Hopp hat sich dann sehr stark dafür eingesetzt, dass Julian Nagelsmann in diesem Buch mitmacht. Und um die Story abzukürzen, es hat dann leider nicht geklappt, aber ich fand es so bemerkenswert, dass Dietmar Hopp sich dafür eingesetzt hat, dass ich ihm danach geschrieben habe, ich würde ihm gerne das Buch vorbeibringen. Und gleichzeitig ihn oder Hoffenheim mit einem sehr interessanten Sportwissenschaftler, Professor Anders Eriksson. Das ist ein Schwede, der 40 Jahre zum Thema, wie kriegt man eigentlich Höchstleistungen in bestimmten Bereichen hin, der mit Manchester City und vielen Sportvereinen schon gearbeitet hatte. Und dadurch, dass Hoffenheim sehr innovativ unterwegs ist, habe ich denen angeboten, dass man die beiden connectet und sich Hoffenheim mal mit Anders Eriksson austauscht. Und da ist er darauf angesprungen und hat gesagt, da sollten wir unbedingt drüber sprechen, kommen zum Golfclub St. Leon Roth und ich bringe unseren Sportgeschäftsführer, den Hansi Flick, mit. Und dann hatte ich damals so eine VR-Brille mit im Rucksack und habe denen unterschiedliche VR-Anwendungen für den Sportbereich gezeigt. Und Hansi war damals wahnsinnig interessiert. Wir hatten einen ganz tollen Austausch. Er hat sehr viele Fragen gestellt und ich bin da rausgegangen und war total angetan davon, wie offen er war. Er hat mir auch im ersten Gespräch die Nummer gegeben, hat gesagt, ich melde mich bei dir, dann kommst du mal nach Hoffenheim zu uns vorbei, dann zeige ich dir mal alles, wie wir hier trainieren und dann tauschen wir uns einfach aus. Und es war total unprätentiös, sehr, sehr angenehm. Und das ist fünf Jahre her und wir sind dann so eigentlich im Austausch geblieben und dann irgendwann mal gesagt, komm, jetzt machen wir ein Buch zusammen. Ja, sehr coole Geschichte, vor allem nachdem es ja eine Wahnsinnszeit dann passiert, für euch beide und auch für die beteiligten Spieler und Teams und mit diversen Titeln. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich bin ja als Basketballer immer nur so am Rande. Ich bin ja Sportfan und ich folge dem Fußball und so, aber mir war das gar nicht bewusst, dass das so eine enorme Erfolgsgeschichte dann war. Und als ich das dann Buch gelesen habe und mit den verschiedenen Stimmen, da fand ich das schon sehr beeindruckend. Und vor allem aber auch diese Demut, die da so ein bisschen mitschwingt, wie du gerade schon beschrieben hast. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem Moment, weil du hast ja gesagt, das interessiert mich jetzt als Hacker, Max. Hat irgendeine von den Technologien es geschafft, dann bei Hoffenheim angewendet zu werden oder war das erstmal nur so ein bisschen Brainstorming? Also Hoffenheim, muss man sagen, ist generell sehr weit. Die waren damals auch schon sehr weit. Die haben da unterschiedliche Labs. Die waren, glaube ich, eine der ersten Vereine, die so einen Futbonauten hatten. Das ist eine Anwendung, wo man Passtrainings machen kann. Die hatten dann in der Zeit, wo wir über diese Anwendungen gesprochen haben, Hansi und meine Idee war damals, eine virtuelle Taktikschule zu machen. Auch mit Hilfe dann im zweiten, dritten Schritt mit Augmented Reality, wo du eigentlich dann in der dritten Stufe mit Hilfe von einer, es wäre sehr spannend gewesen zu sehen, wo das hingeführt hätte, wenn Hansi damals nicht Hoffenheim verlassen hätte, wo du mit Hilfe von einer KI es geschafft hättest, Gegnerdruck zu simulieren und ein paar andere Geschichten. Also wir hatten wirklich Ideen, die 2017 noch in den Kinderschuhen waren und die sind immer noch nicht ausgereift, dass sie im Profibereich angewandt werden können. Aber Hoffenheim hat dann ein Virtual Lab aufgebaut und andere Sachen. Also davon gibt es dann doch einige Sachen. Ich meine, die sind sehr weit vorne, wenn es darum geht, wie wird mit Daten gearbeitet. Und von daher, ich meine, Hansi hatte dann nur fünf, sechs Monate zu der Zeit als Geschäftsführer, bevor er dann wieder rausgegangen ist. Und deswegen haben wir es dann nicht mehr miterleben dürfen, was da alles umgesetzt wird. Aber ich weiß, dass Hoffenheim wahnsinnig fortschrittlich da unterwegs ist. Ich glaube ja auch, du hast gerade den Namen erwähnt, Anders Eriksson. Da wollte ich nochmal kurz nachhaken, weil ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt verwechsel habe, dass er im Buch vorkommt. Also anscheinend hast du ihn ja sehr inspiriert, den Hansi, weil er, glaube ich, einen ganzen Abschnitt über Feedback dem Eriksson zuordnet und sich da so ein bisschen bei ihm indirekt dafür bedankt, dass er sagt, das hat er gelernt, dass Spieler konstant Feedback brauchen und dass man das Pensum hochhalten muss. Wenn es abflacht, dann können sie sich nicht mehr verbessern. Meine Frage jetzt hier ist, weil Feedback ist interessanterweise auch ein ganz starker Flow-Trigger. Meine Firma ist ja Flow-Gray, das geht sehr viel um Flow-Zustände. Und für dich jetzt persönlich, ich mache jetzt eine Frage weiter, wie hast vielleicht du diese Erkenntnisse von Eriksson für dich in dem Schreibprozess oder in deiner Arbeit anwenden können? Hast du mal sehr aufmerksam gelesen? Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich meine, Anders Eriksson ist derjenige, der diesen Begriff von Deliberate Practice sehr populär gemacht hat. Das wurde dann von Mark und Gladwell und ein paar anderen aufgegriffen, die das dann in dem Buch Überflieger auch nochmal in einem breiteren Publikum zugänglich gemacht haben. Und der Ansatz dort ist ganz klar, wenn du es schaffen willst, deine Expertise und deine Skills weiter auszubauen, dann kommst du weiter, umso schneller du ein Feedback bekommst von einem Trainer oder von einem Coach, einer Person, die da vielleicht noch mehr Erfahrung in dem Bereich hat oder einfach einen Schulterblick hat und dir dich auf gewisse Dinge hinweist, die du vielleicht übersehen hast. Und das hilft im Schreiben extrem. Also es gibt, ich habe eine Methode gelernt, nicht direkt von ihm, aber ich habe es gelesen von Benjamin Franklin, der, als er sich beigebracht hat, gut zu schreiben, hat er versucht, immer so zwei, drei Seiten Artikel zu lesen und hat sich dann hingesetzt und hat versucht, die wichtigsten Ideen nochmal aufzuschreiben. Und hat dann nochmal nachgeschaut, okay, habe ich wirklich alle wichtigen Punkte erfasst und hat das dann immer in Iterationsschleifen, sich dem genähert zu schauen, okay, ich kriege hier die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst und hat so schreiben gelernt. Und ich meine, wenn man seine Briefe liest, wenn man seine Bücher liest, ist es ja faszinierend, so in wie vielen Bereichen dieser Mann tatsächlich es geschafft hat, so eine besondere Fähigkeit auszubilden. Und ich habe beim Schreiben immer wieder versucht, mich daran zurückzuerinnern und hatte auch jedes Vergnügen, mit einem tollen Lektor zusammenzuarbeiten, der da auch immer wieder Feedbacks gegeben hat. Also wir haben da viel über die Sprache hin und her diskutiert und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich jedes Mal, wenn ich ein Buch schreibe, auch immer die Bitte an den Verlag habe oder dass ich schon sage, hey, mir ist es wichtig, dass ich durch das Schreiben auch besser werde. Also ich will mit jedem Projekt besser werden und hoffe, dass ich dadurch einfach zu einem noch besseren Autor werden kann. Und deswegen habe ich versucht, die Lektionen oder das, was ich von Anders Eriksson, ich hatte ihn zweimal in Tallahassee besucht und da haben wir viel über das Thema gesprochen, dass ich das dann auch anwende. Da sind wir schon beim nächsten Thema, besser werden, nämlich. Also übrigens sehr, sehr spannend. Ich finde es als Schriftsteller ja auch extrem wichtig. Ich brauche da auch immer Feedback. Ich glaube, ich habe meine Lektorin und meinen Verlag zur Weißglut getrieben, weil ich immer gesagt habe, jetzt hier, lest es einfach mal, die ersten Kapitel und die, nein, schicke uns das ganze Manuskript erst. Und wir haben dann aber einen Kompromiss gefunden, wo die dann mir hin und wieder erlaubt haben, auch reinzukommen und über die Sachen zu sprechen. Das finde ich ganz wichtig. Genau, weil besser werden. Eine Sache, die mich auch sehr in dem Buch ergriffen hat, war der Punkt, wo Hansis Stimme, und du hast ja viel davon eben formuliert, nehme ich an. Also du kannst vielleicht gleich mal sagen, wie der Prozess abläuft. Also war das so, dass ihr Interviews geführt habt und du dann auch Sachen ausformuliert hast? Wie findet sowas statt? Entschuldige, das ist eine kurze Zwischenfrage. Ja, also mehr oder weniger so. Wir haben uns sehr, sehr viel unterhalten und ich habe mich dann darum gekümmert, dass wir irgendwie einen roten Faden haben und dass das irgendwie so dramaturgisch dann irgendwie gut passt. aber es hat sich sehr, sehr viel im Gespräch ergeben. Wir haben uns einfach viel, viel unterhalten und dann habe ich das zu Papier gebracht. Okay, ja, auf jeden Fall sehr gelungen. Also ich finde auch besonders die kurzen Abschnitte manchmal, also es sind ja so Unterkapitel und eines davon heißt Step by Step. Und da geht es darum, dass Hansi beschreibt, dass gute Dinge oft Zeit brauchen, dass wir nicht zu früh aufgeben dürfen, und dass es auch ein bisschen etwas, ja fast Betörendes hat, dass es auch schief gehen kann. Also dass man lange in etwas investiert und dass es vielleicht auch nicht klappt und dass die Gefahr ja auch irgendwie was hat. Aber dass es sich wünscht, dass auch die zukünftige Generation jetzt, die mit der Technologie von heute zu tun hat und sehr schnelllebig ist, dass die vielleicht sich immer noch an diese alten Werte erinnert, so dieses Dranbleiben, nicht aufgeben, Schritt für Schritt arbeiten. Siehst du da auch generell so ein Risiko, dass junge Spieler oder auch junge Menschen generell Gefahr laufen, nicht mehr dieser Philosophie zu folgen, des Dranbleibens? Ja, das sehe ich definitiv. Das ist auch einer meiner Lieblingsabschnitte im Buch, weil da eine Tugend beschrieben wird, die meiner Ansicht nach Gefahr läuft, ein bisschen auszusterben. Und das ist die Geduld. Also das Gutding Weile haben will, das ist definitiv so. Ich finde das auch schön, wir haben ja im sechsten Kapitel einen Abschnitt von Oliver Bierhoff mit drin, der auch beschreibt, als er damals ausgewählt hat, wer wird Co-Trainer von Jogi Löw, dass er gesagt hat, da ist ein Trainer, der ist sich nicht zu schade, mal in der vierten, fünften Liga anzufangen und Erfahrungen zu sammeln, um dann Schritt für Schritt besser zu werden. Ich meine, Hansi beschreibt da auch, er hatte die Möglichkeit gehabt, zuerst die A-Lizenz zu machen und die B-Lizenz zu überspringen, wollte das aber gar nicht, sondern hat erst die B-Lizenz gemacht, hat gesagt, ich lerne das, was ich brauche und dann gehe ich den nächsten Schritt. Und ich glaube, in der heutigen Zeit will man einfach Schritte überspringen und ist dann irgendwann in einer Position, wo man merkt, so weit bin ich eigentlich noch gar nicht und scheitert dann krachend und bekommt vielleicht auch keine zweite Chance. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, je nachdem, was man natürlich lernt und was man erreichen möchte, dass man da schaut und sich gut darauf vorbereitet, dass ich sage, okay, wenn ich in der Sache gut werden will, das braucht einfach Zeit. Und diese Bereitschaft mitzubringen, zu sagen, okay, ich muss nicht gleich Erfolg über Nacht haben, sondern ich baue mir was auf, wovon ich dann langfristig profitieren darf, ist eigentlich ein total schlauer Ansatz, aber die Art und Weise, wie wir heutzutage leben, ist natürlich total konträr dazu. Und deswegen ist es auch wahnsinnig schwierig, glaube ich, eine Geduld mitzubringen, weil wir in so einer Instant-Verfügbarkeitswelt leben. Also es ist immer alles da, es ist immer alles verfügbar und wenn das mal nicht der Fall ist, dann tun wir uns da natürlich schwer. Hast du da schon für dich so ein paar Lösungen entdeckt, wie man dem beikommen kann, wie man vielleicht sich selbst oder auch anderen beibringen kann, wieder auf dieses Schritt für Schritt, sich vielleicht von der Informationsflut, ich weiß, dass du darüber hin und wieder sprichst, deswegen frage ich die Frage auch, also schützen kann. Hast du da Techniken oder Methoden? Also eigentlich ist es ganz einfach. Es ist nur, die Kunst ist, ich denke, alles, was ich jetzt sage, sind Punkte, die wissen wir alle und die Kunst ist es dann zu leben. Es geht eigentlich darum, ich meine, ich kann berichten davon, ich war vor vier Wochen Ende August den Otter Trail wandern in Südafrika. Das ist der beliebteste Wanderweg in ganz Südafrika und du gehst fünf Tage lang an der Küste entlang, das sind 45, 50 Kilometer ohne Strom. Du trägst dein Gepäck, du bist die ganze Zeit an der Luft, du bist die ganze Zeit im Licht, du bewegst dich. Das sind Punkte, wo ich merke, okay, das ganze System entschleunigt, weil ich der Natur nachlebe, weil ich dem nachlebe, was total stark aus uns Menschen herauskommt. So, das sind universelle Energiespender und Quellen, wo ich merke, da fühle ich mich einfach gut und da entschleunige ich. Da schlafe ich viel besser, da habe ich nicht, ich hatte keine Möglichkeit, irgendwie verfügbar zu sein, ich hatte keine Mails, die reinkamen, ich hatte keine Anrufe. Ich meine, da muss ich sagen, da muss ich mich auch selber immer wieder schützen, weil mit dem Pensum, was ich gerade habe und was ich alles mache, mein Handy klingelt permanent, ich kriege die ganze Zeit Mails, ich bin die ganze Zeit verfügbar, ich arbeite sieben Tage die Woche und da ist es schwer und gleichzeitig merke ich, wenn ich es schaffe, in die Natur zu kommen, wenn ich es schaffe, mal einen Digital Detox zu machen, auch wenn es nur für fünf Stunden ist und wenn ich sage, okay, ich gehe raus, wir hatten vorhin über das Thema irgendwie Zugang zu Kälte gesprochen, wenn ich durch den See schwimme, da lade ich automatisch auf und da merke ich, okay, dadurch gewinne ich diesen Abstand und dadurch komme ich auch mehr zu mir und ich habe das Gefühl, wenn ich bei mir bin, dann tue ich mich am leichtesten, all den Versuchungen da draußen Nein zu sagen und der wichtigste Hack für mich tatsächlich in meinem Leben persönlich war einfach Lesen. Wenn ich mich hinsetze, gute Bücher lese und das aufsauge, dann ist das ein Riesengewinn. Für mich gute Bücher, viele philosophische Bücher, aber ich würde auch an der Stelle sagen, dass wir hier ein vernünftiges Werk geschaffen haben. Ja, dann du kennst ja bestimmt dann übrigens mein Buch, der tägliche Biohacker, ist ja unter anderem inspiriert vom täglichen Stoiker und Ryan Holiday habe ich ja auch interviewt im Podcast dann und da war ich sehr, er kommt ja auch im Buch vor, tatsächlich. Der Ego ist das Feind, der ist der Feind, so. Ja, übrigens genau, kann ich nämlich auch sehr nachempfinden, weil ich komme gerade tatsächlich aus dem Engadin aus der Schweiz, wir hatten jetzt ein Event und danach, jetzt habe ich mir ein paar Tage genommen, um mich zu erholen und dort war Nietzsche, für dich als Philosoph vielleicht interessant, der dort sieben Sommer verbracht hat und auch die Idee seines Zarathustra wohl dort entwickelt hat und ich habe mir dann den, da gibt es einen Stein am Uferrand vom Silberplanersee und da muss man hingehen und da war wohl Nietzsche immer gesessen und hat nachgedacht und da hat er wohl die Idee gehabt für den Zarathustra und für mich war das extrem jetzt gerade bereichernd, nach so einem Event, wo ich irgendwie so ausgebrannt war, da hinzuwandern und so die Gedanken zu haben, ich habe mir dann in dem Nietzsche-Museum auch ein paar Bücher gekauft, gelesen, Natur gehabt, bin schwimmen gegangen im Silberplanersee eigentlich, also da gerade resoniere ich sehr damit, weil das für mich auch so eine Methode ist, mich runterzuholen. Nächste Frage, weil das könnte ich mir vorstellen, hast du schon als Philosoph so ein bisschen verinnerlicht, wenn du das Buch geschrieben hast, aber eine Frage, die ich noch habe an dich in der ganzen Arbeit auch mit Hansi, nachdem er ja auch aus einer ganz, also auch anderen Welt kommt oder mit anderen Leuten dann zu tun hatte, was war so eine Lektion, die du von ihm gelernt hast, ist, die dir wirklich, also es können mehrere gewesen sein, aber vielleicht eine, die du rauspickst, die sich in deinem Leben verwirklicht hat, die du weiterlebst. Also was ich jetzt direkt von ihm gelernt habe oder was ich durch Schreiben gelernt habe? Kannst du mir beide liefern. Okay. Also, ich sage mal, bei Hansi ist es Besondere zu beobachten, wie er mit Menschen umgeht. Das ist seine große Stärke. Das macht Spaß. Also das ist wirklich sehr besonders, dieses bodenständige, offene Interessierte zu sehen, dass er wirklich verstehen möchte, was dem anderen Menschen vor sich geht. Und, dass er da auch keinen Unterschied macht, ob er mit dem Koch an der Säbener Straße gesprochen hat, hat er sich genauso dafür interessiert, wie es privat läuft und wie es der Person geht oder ob es ein Spieler ist oder ob es der Vorgesetzte ist. Also da diese Offenheit, den Blick für den Menschen und den Menschen zu sehen und wirklich dem anderen das Gefühl zu geben, hey, du bist wichtig und gerade bist du die wichtigste Person für mich, wenn ich mit dir spreche. Das ist sehr speziell und das ist was, vor allen Dingen, was man leben muss. Das kannst du nicht, das kann, wenn das aufgesetzt ist, dann spürt es die andere Person und bei Hansi spürst du, dass es echt ist. Und das ist was, was ich besonders finde. Und beim Schreiben, Schreiben ist für mich immer ein Riesenprozess der Selbstreflexion. Ich finde, es gibt eigentlich wenige Dinge, wo man sich besser kennenlernen kann als durch und beim Schreiben. Und hier muss ich sagen, war es eine Empathieschule. Weil mit und für jemand anders zu schreiben und so ein Projekt mal gemeinsam zu machen, habe ich in der Form noch nicht gemacht und das war total bereichernd und es hat irre viel Spaß gemacht. Also das war wirklich eine superschöne Reise. Ja, cool. Ich erinnere mich auch gerade übrigens an Nietzsche, von dem ich gerade viel gelesen habe, der auch mal gesagt hat, du bist kein Schriftsteller, du schreibst für dich. Und zwar um irgendwie die, um mehr zu werden, der du bist. So, das war ja auch sein Konzept. Jetzt möchte ich noch ganz gerne eine Frage stellen zum Buch und zwar, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwo mal auch einen Tiefpunkt kam, einen Gab, den es zu überkommen gab. Ich kenne das sehr gut, ich hatte diverse. Mich interessiert immer auch persönlich so, wie hast du das empfunden und wie bist du da rausgekommen? Also so ein bisschen, okay, irgendwo festgesteckt oder irgendwas hat nicht funktioniert oder vielleicht auch mit der Richtung unzufrieden gewesen und dann der Lösungsprozess. Hast du da was? Ja, es gab eine Sache, eine Herausforderung war natürlich zu sagen, okay, aus den Gesprächen dann den roten Faden so abzuleiten, auch wenn du merkst, okay, hier brauche ich noch mehr Futter, damit ich weiterschreiben kann. Bei allen anderen Büchern denke ich, okay, ich muss mich in ein Thema reinfuchsen. Ich hatte ein Buch gemacht über Selbstbewusstsein, Authentizität. Dann forsche ich dazu und dann setze ich mich damit auseinander und dann denke ich viel darüber nach und dann komme ich durch mein Nachdenken weiter. Hier kann ich ja nicht weiterschreiben, ohne mit Hansi zu sprechen. Also ich habe immer den Austausch gebraucht und da kann ich mich an eine Situation dran erinnern, wo ich immer gesagt, wir hatten immer klare Deadlines, auch mit dem Verlag vereinbart, wo es hieß, okay, bis dahin sucht das Kapitel, bis dahin das, bis dahin das und wir hatten teite Deadlines und jetzt ist es ja so, dass ich nicht nur schreibe, sondern auch andere Dinge mache und ich habe fast ausschließlich an Wochenenden geschrieben und habe mir gesagt, ich liefere Sonntagabend und ich lasse mir aber nicht gerne reinreden, wenn es dann darum geht, in welcher Reihenfolge ich was mache oder wie ich es genau mache, solange das Ergebnis stimmt. Wenn mein Ergebnis scheiße ist, dann kann mir jeder sofort sagen, hey, irgendwas muss anders laufen. Wenn man sich nicht am Ergebnis beschwert, dann möchte ich nicht, dass mir jemand sagt, okay, aber schreib doch am Donnerstagnachmittag oder schreib doch da, wenn wir sagen, nee, wir haben vereinbart, Sonntagabend wird abgeliefert und ich kann mich an eine etwas hitzigere Diskussion erinnern, wo wir dann eine kleine Meinungsdifferenz, aber das war dann eher in der Zusammenarbeit mit ein paar anderen, also das hatte in dem Fall nichts mit Hansi zu tun, wo es wirklich dann darum ging zu sagen, okay, ich werde zu dem und dem Zeitpunkt die Sachen abliefern und habe einen Tag vorher Nachricht bekommen, so, dass mein Prozess irgendwie nicht passt, wo ich sage, schreib mir das morgen Abend, weil ich werde morgen Abend wieder alles abliefern, ich habe noch nie eine Deadline verpasst und ich werde dem ganzen Projekt keine einzige Deadline verpassen, und dann können wir diskutieren und das war eine Sache, wo ich gemerkt habe, okay, ich will eigentlich den ganzen Fokus auf das Schreiben richten und nicht um das Prozedere drumherum. Ja, kann ich verstehen. Ich weiß noch, ich hatte auch mal beim ersten Buch, ich wollte unbedingt dieses Cover haben und die haben mir so ein anderes erst vorgeschlagen und die Birgit, die ich liebe über alles und die mich damals betreut hat und mit der ich ein tolles Buch gemacht habe, und die hat dann versucht, mich zu zwingen, das andere Cover zu nehmen und da war ich dann wirklich, und das passiert mir selten, wo ich dann echt gesagt habe, wir stoppen den Prozess, es wird nicht gedruckt und dann haben sie es mir am Ende erlaubt und es hat funktioniert, also das war gut. Aber da muss man durch, das sind so Sachen, gehört immer dazu. Es gibt immer einen Punkt, wo man merkt, okay, da muss man auch dann für seine Inhalte kämpfen, also da muss man wirklich schauen, hey, das, was einem wichtig ist, ich kann mich bei einem anderen Buchprojekt erinnern, da hat der Verlag gesagt, wir schmeißen das erste Kapitel raus, weil wir wollen sofort mit dem zweiten Kapitel einsteigen, wenn wir das erste Kapitel nicht machen, dann mache ich das Buch nicht, weil dann fehlt einfach eine ganz essentielle Hinleitung zu dem, was da transportiert werden soll und dann ist es auch drin geblieben. Ja, also ich denke auch, solche Sachen muss man einfach erleben und dann, dadurch wird man besser, also das ist so und ich kann nochmal sagen, das Buch ist extrem empfehlenswert, also jemand wie ich, der springt total drauf an, weil ich finde, es fehlt so ein bisschen, ich hatte, es gibt schon tolle Vorbilder, also auch aus dem Sport, ich war ein großer Roger Federer Fan oder Dick Nowitzki und ein Hansi Flick hat eben auch solche Werte und ich finde, also so jemanden, den würde ich gerne dann letztendlich meinen zukünftigen Kindern mal auch zeigen und hoffen, dass die darauf anspringen, also das finde ich sehr, sehr gut gelungen und daher nochmal, aber ich möchte jetzt noch ein paar Fragen stellen zu dir persönlich und deinen Interessen, aber hier nochmal gleich die Empfehlung, holt euch das Buch Hansi Flick im Moment von Jonathan Sierk und Hansi Flick über Erfolg, die Schönheit des Spiels und was im Leben wirklich zählt. Sehr viel über Werte, sehr viel über wie kommt man, wie bleibt man geerdet in einer schnelllebigen Zeit im besten Fußballclub der Welt, also sehr, sehr cool. Jetzt, Jonathan, jetzt wird es ernst. Ne, weil ich finde es nämlich super spannend, du hast ja die Bezeichnung, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, Philosoph und Zukunftsexperte. Das sind ja so Sachen eigentlich, die erstmal auf den ersten Blick fast gegensätzlich wirken. So, meine Frage an dich so, was siehst du aktuell als die größten Herausforderungen, wenn es um neue Technologien, künstliche Intelligenz, einfach diese technologische Weiterentwicklung geht? Sehr breite Frage und gleichzeitig, wenn wir über die Begriffe sprechen, die schreibe ich mir nicht selber zu, also ich beschreibe mich nicht als Zukunftsexpert und Philosoph, okay, ich mache in dem Bereich meine Promotion, aber wir könnten drei Podcasts darüber machen, was ist ein Philosoph und was ist die Philosophie. Aber über eine Herausforderung haben wir schon gesprochen und die zahlt tatsächlich auf deine Frage drauf ein. Das ist das Thema der Geduld, weil wenn wir uns anschauen, welche Technologien gerade entwickelt werden und mit welcher Motivation dahinter, vor allen Dingen im Bereich künstliche Intelligenz, haben wir sehr, sehr viel, was einfach ökonomisch getrieben ist und nicht, was uns als Menschen gut tut. Und da gibt es eine oder mehrere Personen, die ich im Zuge meiner Promotion getroffen habe, die genau darauf hinweisen und sagen, wenn wir alle diese Entwicklungen vorantreiben und wenn wir darüber sprechen, dass wir einen Human Upgrade hinbekommen wollen und dass wir sagen, okay, es braucht eine generelle künstliche Intelligenz, die schafft, unser Leben zu verbessern und du dich dann aber mit den Menschen in der Wirtschaft, wo vor allen Dingen diese Systeme am meisten zum Einsatz kommen, austauscht, dann ist es ein ökonomisches Interesse, dann ist es ein Wettbewerbsinteresse, dann geht es einfach darum zu sagen, okay, ich will irgendwelche, ich will eigentlich meinen Profit maximieren und ich glaube, ein Beispiel, Facebook hat gezeigt, wenn man sich vorher nicht ausführlich Gedanken darüber macht, was entwickeln wir hier gerade, dann können wir Dämonen wecken und dann können Dinge passieren, wo wir sagen, das wollten wir in der Form eigentlich gar nicht haben. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Trump nur ausschließlich deswegen amerikanischer Präsident geworden ist, aber es hat maximal darauf eingezahlt und das sind Entwicklungen, wo meiner Ansicht nach ein Diskurs sehr stark fehlt, wo es darum geht zu sagen, hey, wenn wir solche Entwicklungen vorantreiben und davon gibt es ganz, ganz viele, egal ob wir im Biohacking, Longevity-Bereich in anderen Bereichen darüber sprechen, was sind eigentlich die sekundären und herzlichen Auswirkungen davon, was macht das mit uns als Mensch, wie verändert sich auch der Begriff des Menschseins oder das, was uns als Mensch auszeichnet, wenn wir unseren Körper versuchen, und maximal zu optimieren und dann gibt es ja eine komplette Bandbreite an Möglichkeiten, das zu machen und auch an Menschen, die sagen, okay, man muss irgendwie das Gehirn mit der Cloud connecten zu, okay, es ist schön, wenn man besser hören kann, es ist schön, wenn man besser sehen kann, es ist schön, wenn man die Lebensspanne mit einer höheren Lebensqualität irgendwie ein bisschen verlängern kann für möglichst viele Menschen. Da sind ja ganz viele Dinge dabei, wo ich sage, die sind mehr als lohnenswert und die brauchst unbedingt in der Welt und dann ist es bei Technologie natürlich immer auch so, dass man es manipulieren kann und dass es dann Auswirkungen haben kann, wo wir uns einfach die Frage stellen müssen, was davon wollen wir? Was macht dir Mut, dass es funktioniert? Viele Menschen, es sind immer die Menschen, die mir Mut machen. Es gibt ja eigentlich nichts anderes, als dass ich sage, okay, es gibt wirklich viele kluge, tolle Menschen mit einem guten Wertegerüst da draußen in der Welt, die an den Themen arbeiten, die mir Mut machen und vor allen Dingen auch eine Generation, die nachwächst, die viel mehr in Kollaborationen, gemeinsam, in einem Wir, in einem Zusammen, in okay, wenn wir hier alle auf einer Welt leben wollen, die lebenswert ist, dann müssen wir darüber uns Gedanken machen, was das für Auswirkungen auch für alle hat und nicht nur, okay, zu einem elitären Kreis gibt es die Möglichkeit, zu sagen, ich meine, überspitzt in einem Homo Deus wird das skizziert, wo du sagst, ein paar Elitäre haben nochmal ganz andere Möglichkeiten und alle anderen fallen noch weiter weg. Das sehe ich nicht, weil ich glaube echt, dass da ganz viele seriöse Menschen mit einem guten Wertekonstrukt, mit einer Vernunft an diese Themen rangehen. Das macht mir Mut. Was wäre so ein Prozess, also ich frage jetzt auch aus persönlichem Interesse, weil in unserer Biohacker-Bewegung gibt es auch verschiedene Lager, also zum einen die, ich würde mich bezeichnen als so der Lifestyle-Biohacker, der versucht, seine Lebensqualität dadurch zu verbessern, dann gibt es die Cyborgs und die Transhumanisten und die Grinder, die mit Implantaten arbeiten. Was könnte ein Prozess sein, um diese verschiedenen Möglichkeiten, der, du hast gerade das als Human Upgrade bezeichnet und wir verwenden ja auch oft den Begriff so Upgrading, zu diskutieren oder solche neuen Möglichkeiten erst mal zu eruieren, weil am Einzelnen sind die erst mal ungefährlich für die Gesellschaft. Also Biohacker, Biohacking an sich basiert auf N ist gleich 1 Experimenten. Also viele machen irgendwelche, geben sich einen Stoff und beobachten, was es mit einem tut und dann berichten darüber. Aber, also, wie könnte es aus deiner Sicht gehen, dass man eben, es vermeidet, dass ein Facebook an den Start geht, ohne, dass man davor vielleicht sich Gedanken gemacht hat. Ich kann mich an eine Konferenz erinnern, da war ich im Januar 2018 in Los Angeles. Dort hat unter anderem der Gründer von Kernel gesprochen, ist ein sehr junger Unternehmer, ich glaube, der hat ein Unternehmen für 800 Millionen verkauft und hat jetzt gesagt, der nimmt irgendwie 200 Millionen davon in die Hand, um das Gehirn zu dekodieren. Und dann fand ich es ganz interessant, weil dann ist folgende Sache passiert, dann ist der Innovationschef von Telefonica auf die Bühne gegangen und hat davon berichtet, dass er eine 10 Tage wie Passana-Meditation hinter sich hat und dass er dadurch einfach einen Zustand der Klarheit für sich erlangt hat und was, was meiner Ansicht nach total erstrebenswert ist. Und dann geht dieser Kernelgründer auf die Bühne und sagt, mit meiner Technologie kriege ich es hin, dass ihr das alle in 5 Minuten für euch verspüren könnt. Und alle im Publikum stehen auf und klatschen und jubeln. Und ich bin sitzen geblieben und dachte mir, ist das gerade hier euer Ernst? So ist das was, was erstrebenswert ist? Ist es so, wie wenn man allen Bergsteigern sagen würde und anstatt, dass ihr euch 4, 5 Tage da durchkämpft, um oben anzukommen, was ja eigentlich das gute Gefühl ist, dass man sagt, man hat es geschafft. Könnt ihr alle mit dem Hubschrauber hochfliegen und ihr seid alle in 10 Minuten oben. Ist das nicht toll? Und danach bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe mich mit meinem Doktorvater zusammengesetzt und habe gesagt, habe zu ihm gesagt, hey, mir ist es wichtig, einen Diskurs auf die Beine zu stellen, wo diese Ansichten mit eher kritischeren Ansichten und Ansichten auch aus anderen Regionen der Welt, wo man so einen Diskurs auf die Beine stellt und darüber spricht. Was sind eure Ambitionen, was sind eure Gedanken dahinter? Weil Forscher natürlich und Forscherinnen, die wollen natürlich erstmal Grenzen ausreizen. Die wollen verstehen, was ist alles möglich, was gibt die Technologie her? Die haben erstmal kein Böses und kein gutes Interesse, sondern die wollen einfach forschen und sich denken so, boah krass, hier habe ich wieder eine Grenze gesprengt. Und das ist ja erstmal weder gut noch schlecht noch verwerfenswert, sondern das ist einfach der Job und das ist ja auch was Tolles und das macht ja auch Spaß. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass dann Menschen mit diesen Menschen in Austausch kommen, dass man darüber spricht, hey, irgendwann ist vielleicht die Katze aus dem Sack und die fangt den nicht wieder ein und wir sollten darüber sprechen, in welche Richtung laufen wir. Und das ist mir ein besonderes Anliegen, deswegen, ich hatte dich ja eingeladen zu unserem Event, zum Palace Gathering, das machen wir einmal im Jahr. Die ursprüngliche Idee ist darauf hingekommen. Ich bin dann nach Deutschland zurückgeflogen und habe zu vielen deutschen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gesagt, ich kümmere mich darum, dass wir diese Plattform bauen, dass wir diesen Diskurs in die Welt tragen. Macht ihr da mit, seid ihr dabei? Alle haben gesagt, wir sind natürlich dabei, weil das ist total wichtig. Dann kam Corona, das hat mich fast mein unternehmerisches Dasein gekostet. Aber mir war es so wichtig, diesen Diskurs auf die Beine zu stellen und zu sagen, hey, wir reden mal darüber und wir schaffen eine Bühne und dann kann ich, meiner Ansicht nach, im ersten Schritt brauche ich einen gewissen Erkenntnis zu gewinnen, um dann anders handeln zu können. Und das war was, wo wir gesagt haben, okay, wir versuchen, Einblicke zu bekommen, die dann dabei helfen, bei der Frage, okay, wie will ich handeln, was will ich tun? Weil in der Welt, in der wir leben, ist diese Frage, diese ethische Frage zu beantworten, meiner Ansicht nach, wird immer, immer schwerer. Und dann gemeinsam zu sagen, und jetzt arbeiten wir an Lösungen und die tragen wir in die Welt. Und ich glaube, solche Plattformen zu schaffen, die Zugänge zu schaffen, dass das in eine immer breitere Öffentlichkeit kommt, das ist zumindest die Form von Beitrag, die ich mit meinem Team da leisten möchte und dies meiner Ansicht nach auch braucht. Und auf der Basis kann dann eine neue Form von Zusammen, von Gemeinsam, von Wir entstehen, wo man dieses Gefühl bekommt, so okay, wir sind ja alle in, alle miteinander verbunden. Und wir können nicht sagen, okay, wir machen jetzt in München hier diese tolle Lösung und dann ist München, die Arche Noor und wir sind für immer sicher und scheiß auf alle anderen. So, nee, so funktioniert das null. Ich glaube, wir haben das auch gemerkt, jetzt während der Pandemie, wie wichtig es ist, Leute zusammenzubringen. Also wir haben ja gerade, habe ich gerade schon gesagt, einen Day, Flow Day veranstaltet und ich war selber überrascht. Wir haben das angekündigt, recht spontan, also irgendwie mit einem Monat Vorlaufzeit. Und ich habe den Ticketverkauf aufgemacht und innerhalb von, ich glaube, drei Stunden waren 80 Tickets verkauft und die waren nicht billig. Also wir haben, weil wir gesagt haben, wir machen es exklusiver und kleiner und einfach mal getestet und ich habe echt Sorge gehabt, die Leute das so kurzfristig dann schaffen und wir haben in kurzer Zeit einfach das Event eigentlich ausverkauft gehabt und das zeigt, dass deine Arbeit auch da in der Hinsicht extrem wichtig ist. Übrigens, was mich noch interessiert, warum Palace? Woher kommt der Name? Und dann, was mich interessiert, sind noch deine ganzen Tricks mit den Tickets, weil ich muss sagen, also seit Corona ist es ein ganz anderes Business. Ich finde es schon tough. Von daher, wenn wir nochmal drüber sprechen können, wie du das geschafft hast, so schnell ausverkauft zu sein, dann lerne ich da sehr gerne von dir ohne einen Fire-Festival-Ansatz zu fahren. Palace ist in der griechischen Moziologie ein Gigant, der für die Erde gekämpft hat und wir haben gesagt, oder sich für die Erde eingesetzt hat und wir haben gesagt, was uns besonders wichtig ist, ist eigentlich dieser Gedanke von Newton, der gesagt hat, wenn ich weiter sehen durfte als andere, dann weil ich auf den Schultern von Giganten stand. Und wir haben gesagt, hey, diesen Gedanken zu sagen, wir bringen Menschen zusammen und schaffen einen Austausch, wodurch alle, die dabei sind, vielleicht ein bisschen weiter sehen dürfen, weiter sehen können, das ist ja total beflügelnd und es ist bereichernd und Aristoteles würde da von dem höchsten Glück des Lebens sprechen, dem Glück des Erkenntniszugewinns. Das war was, wo wir gesagt haben, okay, der Name Palace Gathering ist ein Zusammenkommen von Menschen, die das Interesse haben, um danach ein bisschen weiter zu sehen. Cool, wieder sehr tiefgehend. Jetzt zu den Tickets. Natürlich, ich glaube, wir sind recht zeitnah am Event dran, deswegen mal schauen, aber gleich mal hier der Pitch. Wo findet man denn mehr über die Konferenz und vielleicht kannst du uns auch in 30 Sekunden kurz mal beschreiben. Ich weiß, es sind ja einige Namen auf der Persönlichkeiten da, unter anderem Markus Lanz, den wir alle kennen, aber auch viele Wissenschaftler, aber ich lasse es einfach mal dich kurz pitchen, weil vielleicht hat ja einer aus unserer Szene Lust oder eine noch dabei zu sein. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, euch dort zu sehen. Das Ganze findet statt in Ingolstadt vom 3. bis zum 5. Oktober und startet mit einem Gespräch zwischen Markus Lanz und Harald Lesch, einen Blick in die Zukunft, wo es darum geht, einfach mal so eine Einordnung. Wo stehen wir eigentlich gerade? Was sind die Themen? Was sind Herausforderungen? Übrigens nur ganz kurz bei Harald Lesch, das ist dein Doktorvater. Da wollte ich nur sagen, du hast dein Händchen für interessante Persönlichkeiten. Ein sehr bekannter Astrophysiker und Naturphilosoph. Und die machen dann, das ist ganz schön, nach diesem Gespräch, es gibt eine Inszenierung. Ich habe tatsächlich gestern einen Podcast mit Harald Lesch gemacht und wir haben über Kunst, Kultur und Musik gesprochen, weil danach gibt es eine Aufführung vom Merlin Ensemble und Harald Lesch, was dann eigentlich die Einführung in das Event ist. Da geht es, die spielen Vivaldis für Jahreszeiten, ziehen Musiker und Musikerinnen des Merlin Ensemble aus Wien, was da extra kommt. Und Harald Lesch spricht über den Klimawandel oder über die Jahreszeiten in Zeiten des Klimawandels. Und bei unserem Event geht es dann viel darum, dass wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, wie können wir nachhaltiger wirtschaften, wie können wir es schaffen, Veränderungen in die Welt zu tragen und da eine gewisse Transformation zu meistern. Und das ist natürlich der perfekte Auftakt dafür, wo wir sagen, wir haben ein kulturelles Element, wir haben irgendwie dieses musikalische Inszenierung, davor das Gespräch zwischen Markus Lanz und Harald Lesch und dann haben wir zwei Tage lang extrem spannende Persönlichkeiten, wo man mit denen in Austausch kommt, wo man mit Workshops, mit anderen zusammenarbeitet, wo man echt tolle Menschen kennenlernt. Und am vierten in der Früh, da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil da spricht ein Mann, der hat mein Leben verändert, den durfte ich das erste Mal hören, als ich 16 Jahre alt war und in Südafrika gelebt habe und der hat mein Leben maßgeblich beeinflusst. Ich glaube, ich hatte ganz andere Dinge gemacht. Es war der erste Kino-Speaker, den ich je in meinem Leben gehört habe und der hat an einem Abend in Johannesburg darüber gesprochen, wie man ein sinnerfülltes Leben führt. Eine der spannendsten Fragen überhaupt. Darüber habe ich meine Masterarbeit zum Teil geschrieben. Wer war das? Dr. John Demartini. Das ist ein Amerikaner und ich habe seitdem 60, 70 Tage mit ihm verbracht und er kommt nach Ingolstadt und wird mit uns allen darüber sprechen und am Ende kommt eine Wissenschaftlerin, die für mich, wir hatten vorhin ja über die Künstliche Intelligenz gesprochen, die in dem Bereich weltweit eine der führenden Koryphäen ist. Dr. Vivian Ming, die zu Barma ins Weiße Haus eingeladen wurde, um darüber zu sprechen, wohin geht das mit der Digitalisierung, wohin bewegen wir uns im Bereich Künstliche Intelligenz, die von Jeff Bezos und Bill Gates und Mark Benioff und wirklich den führenden Menschen im Tech-Bereich kontaktiert wird und konsultiert wird, wo es darum geht, so, hey, wo geht es da hin und warum wollen wir gewisse Dinge? Also sie ist die Person, mit der man auch diese ethischen Fragestellungen sehr, sehr tiefgründig diskutieren kann und das sind nur zwei von, ich meine, wir haben viele Gründerpersönlichkeiten und Gründerinnen, die kommen, die Gründerinnen von Scheer, von Einhorn, der Waldemar Zeiler, die Frenzi Kühne, viele, viele tolle Persönlichkeiten, die wir da zusammenbringen und ich freue mich, ich freue mich extrem drauf. Ihr hört es, also jeder, der jetzt gerade zuhört und der sagt, boah, er will mitgestalten, wie unsere Zukunft ausschaut und sich vielleicht inspirieren lassen von einigen der größten Geister, die wir hier so haben und die der Jonathan nach Deutschland bringt, aus der ganzen Welt, der findet mehr auf und wie heißt die Webseite? palacegathering.com, vielleicht können wir es verlinken, also palace, P-A-L-L-A-S und dann gathering.com und da findet man alle Infos. Super, wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes, also auf flowgirl.de, einfach nachschauen, wenn ihr das gerade nicht findet und dann holt euch ein Ticket und seid dabei. Ich würde mich freuen, ich bin auf jeden Fall dabei und werde mir das auf jeden Fall anhören alles, weil ich finde das ganz, ganz spannend, was du machst und wirklich danke auch für den ganzen Einsatz, weil ich finde, das kann nicht genug geben von diesen Diskussionen. Ich habe jetzt noch ein paar Fun-Fragen für dich, gewundert haben, bevor wir nochmal hinter der Kamera uns austauschen und ich dir sage, wie wir die Tickets verkauft haben und zwar Nummer eins, woran glaubst du, auch wenn du es nicht beweisen kannst? Ich glaube schon an eine Form von höherer Intelligenz, die ich nicht beweisen kann. Ich habe gestern mit Harald Escher darüber gesprochen, weil wir diskutiert haben, wie Musiker in der Vergangenheit, zum Beispiel in Beethoven oder ein paar andere Händel, über die wir gesprochen haben, so komponieren konnten, wie sie es getan haben und da haben wir über höhere Eingebung gesprochen und da glaube ich schon, und ich glaube, wenn man das lebt, wofür man wirklich da ist oder wofür man auf die Welt gekommen ist, dann kann man zu etwas Höherem connecten, aber das kann ich nicht beweisen, aber das glaube ich. Cool. Lassen wir so stehen. Gibt es eine philosophische Richtung oder einen Philosophen, dem du besonders nachgeeifert bist in deiner Studienzeit oder in deinem philosophischen Werden? Also ich habe mich am meisten mit der Antike und mit der Stoischen Philosophie auseinandergesetzt, weil mich es immer interessiert, welche Fragen stellen die sich und zur Zeit der Antike ging eigentlich dann ein Wandel vonstatten, von den Fragen eher, was ist die Welt, was ist Materie, was ist das Universum, was ist der Kosmos hinzu, was ist Gerechtigkeit, was ist Glück, was ist ein gutes Leben, wie wollen wir leben? Das sind die Fragen, die mich am meisten interessiert haben und das ist ja auch die Stoische Philosophie, die sich dann sehr tiefgehend damit befasst hat. Von daher war das immer die Richtung, wo ich am tiefsten eingetaucht bin, die mich am meisten angesprochen hat, weil das auch die Fragen sind, die mich am meisten interessieren, mit denen ich mich am tiefsten auseinandersetze. Finde ich auch sehr spannend, vor allem, dass es auch so viele Überschneidungen gibt von klugen Menschen, also die Stoiker, einfach weil die schon so, vor vielen, vor 2000 Jahren oder wann gab es die etwa, und dass ich eben auch so Gedanken in Goethe oder Nietzsche immer wieder erkenne, das finde ich so spannend und dass die eigentlich so die Urheber waren in unserem Kulturkreis, die das irgendwie so gebracht haben, also kann ich sehr nachempfinden. Welche Technologie, die es noch nicht gibt, würdest du gerne erfinden? Gestern hat mich mein Mitbewohner ausgelacht, weil er einen Podcast gehört hat, den ich mit Janina Kugel und Maja Göppel gemacht hatte und da habe ich darüber gesprochen, dass immer, wenn ich in Büchereien gehe, dann erweckt das so eine Schwermut manchmal in mir, wenn ich ein Buch lese und dann sehe ich, in diesem Buch gibt es 30 Essays und ich lese ein Essay und dann denke ich mir, okay, ich lese nicht mal die anderen 29, aber es gibt noch eine Million andere Bücher hier. Wenn es eine Technologie gäbe, das Wissen einfach, indem ich die Bücher berühre, in meinen Kopf zu bekommen, würde ich sie sofort entwickeln. Ansonsten fände ich Beamen ganz geil, wenn man die Möglichkeit hätte zu sagen, okay, ich kann von A nach B in einer relativ kurzen Zeit kommen. Das wäre sensationell. Vielleicht noch eine dritte Sache und das ist, glaube ich, was den größten Einfluss auf globaler Ebene haben könnte, wären natürlich Möglichkeiten zu sagen, mit Blick auf Lebensqualität und Lebensspanne für möglichst viele Menschen zu erweitern, wäre, da würde ich was im medizinischen Bereich machen. Also da würde ich wirklich schauen, wie man vor allen Dingen gewisse Krankheiten, unter denen nur so viele Menschen auf der Welt leiden, ja, wie man dafür eine Lösung entwickeln könnte. Da gibt es, glaube ich, auch tatsächlich viele Hoffnungsschimmer am Horizont, also unter anderem auch einer der, mit dem ich sehr auch viel Zeit verbracht habe und der auch hier schon im Podcast war, Michael Grewe, der Gründer, ehemaliger Gründer von web.de und mittlerweile der Gründer von der Forever Healthy Foundation, der selbst, das hat er öffentlich gemacht, 300 Millionen investiert hat in Langlebigkeits-Research und der wirklich dem auf der Spur ist, Sachen wie Herzinfarkt, wie Hirnschläge zu vermeiden und zwar wirklich auf, mit sehr vielversprechender Technologie, also da ist viel, das ist ja so ein bisschen mein Bereich. Aber sehr cool, vor allem mit dem Beamen, da kann ich aber schon sehen, wie du einmal irgendwo auf der Bühne stehst und das vorstellst und dann sitzt hinter ein junger Philosoph, der sich denkt, aber die Bergsteiger, wenn man die hochbeamt, dann können sie den Weg nicht selber gehen. So, aber das ist, so hast du es nicht gemeint, das weiß ich. Welches Buch verschenkst du am meisten? Oder, wenn du keins verschenkst, was ist dein Lieblingsbuch? Ich verschenke, also, da gibt es ein Riesendelta zwischen meinem Lieblingsbuch und dem, was ich viel verschenke. Mein Lieblingsbuch ist von Dostoyevsky, Die Brüder Karamassov, aber das sind 1500 Seiten, das verschenke ich nicht. Oder Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, das sind so die Bücher, wo ich sage, das ist irre, dass Menschen so ein Buch in einem Leben schreiben können. Wir hatten vorhin über Bobby gesprochen, Bobby de Kaiser, unverkäuflich, ganz tolles Buch, was ich gerne verschenke. Du hattest von Ryan Holiday erzählt, Ego ist die Enemy, dein Ego ist dein Feind, das verschenke ich sehr, sehr gerne, weil da viele, viele Botschaften sind, vor allen Dingen, wenn ich jüngeren Menschen ein Buch schenke, verschenke ich sehr häufig das. Okay, cool, zwei sehr gute Bücher, haben wir nicht in der Episode besprochen, aber ich habe dir erzählt, dass Bobby de Kaiser, der der beste Freund ist vom Hansi Flick, so steht es im Buch, und der auch einen Teil beigetragen hat, der mich dazu inspiriert hat, meine Firma zu gründen, weil meine Mutter mir damals das Buch geschenkt hat und ich war so begeistert von seiner Lebensgeschichte, ein super Buch, unverkäuflich, von Bobby de Kaiser und deswegen, ja, vielleicht sollte ich das auch öfters verschenken. Ich verschenke übrigens sehr oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, Hell Yes or No von Derek Sivers. Dann kriegst du es von mir, weil ich habe eins da, ja. Super, ich glaube, Jonathan, du hast nämlich den Podcast noch erwähnt, das würde ich noch gerne erwähnen, wenn Leute jetzt mehr von dir hören wollen. Wir haben schon gesagt, Palace Gathering, aber wo kann man noch mehr von dir hören, lesen, rausfinden? Also unser Podcast sind die Gespräche von morgen, da haben wir, ich glaube, aktuell 80 Episoden circa online, immer eine Stunde Gespräche mit tollen Persönlichkeiten, wo wir auch so Themen aufgreifen, viele gesellschaftliche Themen, wo geht es hin, in welche Richtung entwickeln wir uns mit wirklich vielen, vielen spannenden Menschen. Da war unter anderem die Vivian Ming, die auch kommt, schon zu Gast, die da eine sehr bewegende Geschichte erzählt hat und ansonsten über LinkedIn von morgen ist die Hauptfirma, wo ich mich beschäftige, also unser Leaders von morgen Programm, aber ich glaube, wenn man online meinen Namen eingibt, dann findet man all diese Projekte und genau. Super cool, also schaut unbedingt vorbei, holt euch das Buch Hansi Flick im Moment, das neueste auch von Jonathan Sirk. Ich hoffe, du schreibst noch mehr, für mich bist du mittlerweile so ein bisschen jetzt der Ryan Holiday, der deutsche Ryan Holiday, deutschsprachiger Ryan Holiday geworden und ich finde es ganz toll, was du machst, also unbedingt reinhören alle, ich werde auf jeden Fall mir mehr von dir anschauen. Danke, dass du in der Show warst und du hast das letzte Wort. Max, vielen Dank an dich, ich hoffe, dass es euch allen gefallen hat, ich hoffe, ihr konntet ein paar wertvolle Gedanken mitnehmen, ich würde mich sehr freuen, euch beim Palace Event zu sehen, schreibt uns gerne, schreibt mir gerne, wenn ihr noch weitere Fragen habt, alles, alles Liebe. Max, vielen Dank an dich, vielen Dank auch für deine Arbeit und die wichtigen Projekte, die du machst und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Go for Flow. Yo, Flowgrader, hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonniere diesen Kanal und verpass keine Folge der Flowgrade Show mehr. Go for Flow.